Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Oster Soleil. Das Rezept Oster Soleil stammt aus der Berliner Küche und wurde mit den Jahren stark verändert, sodass bei dem Rezept Soleil herauskommen, die unglaublich gut zu Kümmelbrot und Knochenschinken passen. Die Eltern des Autors machen sie seit Jahren. Sie passen auch gut zum kalten Buffet. Für 30 Personen werden folgende Zutaten benötigt. 30 Eier, 2 Liter Wasser, 1 Teelöffel Meersalz, 2 kleine Zwiebeln, 75 Gramm Salz, 2 Lorbeerblätter, 10 Pimentkörner, 3 getrocknete Wacholderbeeren, 1 Esslöffel Kümmel, 1 Teelöffel Zucker. Folgende Utensilien werden benötigt. Großer Topf, Küchenbrett, Messer, 1 Esslöffel, Küchenwaage, Messbecher. Zubereitung Die Zutaten und die gefiertelten Zwiebeln ohne die Eier in 2 Liter Wasser zum Kochen bringen. Die Eier vorsichtig mit dem Esslöffel dazugeben und nach 10 Minuten herausnehmen. Die Eier im kalten Wasser abschrecken. Die Schalen leicht einknicken und wieder in die Sohle legen. Einige Tage ziehen lassen. Als Beilagen eignen sich Senf, Kümmelbrot, Knochenschinken, kaltes Buffet. Diese Varianten gibt es. Je nach optischen Vorlieben kann man braune oder weiße Eier nehmen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!